so und damit herzlich willkommen zur vierten folge ein echter huni fan natürlich mit silas hallo heute gehen wir mal ein bisschen offroad und zwar mit dem wunderschönen oder wunderschönen loki ich weiß jetzt mal wunderschön gesagt also das ist dein haus hier gerade oder wo stehst du als hier ist ein haus oder sie gekauft dass sie das hier aber auch das ist auch mal ja sagen passt auch in die garage damit mit ganz viel gewalt und so nicht zu vergessen hatte ich hier dieses haus deswegen das gehört michael jordan genau genau das ist michael jordans haus und der nachbar von ihm der hier gegenüber und was wir da wohnt man kann das ist ja gut ich auch nicht so nein weiter geht ja erst einstieg für eine folge michael jackson der ende er seine leiche runter move lege der jagger witz des jahrtausendziele ich fand es aber ganz kurz amusant aber auch nur ganz kurz schwarzer humor der mag keinen schwarzen humor leute die keinen schwarzen humor mögen schwarzen mögen auch schwarzen humor weil die schwarzen schwarzer humor ist wie essen hat nicht jeder schwarzen humor ist der lustigste humor stadtfelder querfeld ein was machst du da was machst du da stück der feste ich das war idiot hallo du hallo nicht verdrängeln hast du nicht verpasst nicht verfasst da hat man so ein baum am weg der perfekte man kennt es ja aber du hast eine folge bei den kontrollpunkten ja war war mein tag ja heute für solche fall dass auf jeden fall damit ein skill lieber unterstrichen oh mein go wir müssen ja ich hoffe wir drunter her digger ich weiß nicht was jetzt warum du so lassen lieber den baum das känguru ja das eichhörnchen kann ausweichen ja du wirst halt voll auf den baum drauf mörder gewissenloses schwein mann ich muss doch kacke gewesen ich mag körperlein aber nicht auf s2 also halt mit solchen autos nach driften finde ich offroad richtig geil also nach komplett tief und quer und leistung eigentlich das gegenteil bis auf leistung ich mag auch offroad sehr gerne ja wobei quer ist es nicht zu schnell einfach du bist halt ein Lappen eiskalt offroad muss schnell sein unter 800 PS geht da nix er hat meine Reisen quietschen im Gelände da waren wohl Steine im Dreck oder was hat gesagt er ist gleich lieber nicht das lasse ich jetzt mal lieber was war da im Dreck komm herauf ja Michael Jackson wahrscheinlich ne hallo das hast du jetzt gesagt also das erziele ich mich zu dieser Aussage ja guck allah wie du dich dazu jetzt verhältst ja das wolltest du sagen wenn er nein ja deine fette Huren-Mutter liegt da am Dreck ich hoffe deine Mutter guckt die Videos nicht doch guckt sie nein das macht Spaß das ist muss du das Piepsen deine fette Huren-Mutter ich würde sagen außer meine fette Huren-Mutter das muss ich jetzt auch ändern dass du dich selber beleidigst ja das wäre eigentlich geil ne wie ich das machen würde ich sag einfach nicht äh ich sag einfach nicht äh das Wort dass du das reinschneiden kannst und deine fette Gießkanne ja ja du musst ersetzen reiche doch wieder wenn ich den Mund aufmache kommt das in witzung nur scheiße aus ja das stimmt allerdings scheiße so was sagt man nicht scheiße macht man ne früher habe ich immer Anschluss dafür bekommen wenn ich die scheiße gebaut habe aber dann kam ja der Spruch scheiße baut man nicht scheiße baut man nicht scheiße baut man nicht scheiße baut man nicht scheiße macht man ja scheiße sagt man nicht scheiße macht man scheiße baut man nicht okay wir können jetzt auch wenn du was scheiße tun nein hast du einen scheiß fettdisch oder was? nein das ist ein Bombfettdisch oh nein was war's und beide finde ich schon insektuell sehr anziehend gerade im Winter in den Nackt sind dann vor das war's wenn ich im Winter raus ja im Winter wenn ich im Winter rauskeh habe ich immer so ne Dauerstände wo durch den Wald gehst ne? ja naja da eher kolier ich direkt ok das bin jetzt gerade echt ein bisschen zu behindern wir müssen jetzt immer den Schlussstrich ziehen und irgendwie mal ohhh hab ich den Kontrollen noch bekommen? nein sag sagt und irgendwie irgendwie hier ne? ne? und so ne? ne? ich bin und ne? steine die brücke war da ein bisschen weg würde ich sagen du bist mir einer und du hast paviane für den nackten becken fetten herrscher wie von frau schmidi du stehst auf affen die ihre eier in den mund nehmen ja sonder bist du gepaar wir sich da mal ein eier in den mund nehmen ich weiß nicht was für einen schlangenmengst du bist auf die schleppe oben sind immer behinder vor allem als ob ich das weiß ja immer wenn ich kurz rumlaufe hängen die halt raus kann man nichts machen auch bei langen hosen kommen nicht verschlagen bitte nicht danke also die punkte da oben haben ich keinen punkte welcher ein point mit gut 200.000 punkten bin ich doch ganz gerne aber nur 6 da was da los ihr das was da los wo zwischen uns nur trackers wie gewinnen man hat das traktor oder so was es doch immer ist ich kann den tag der schlechte auswachen sie lassen wegen der aufnahme was muss ich auch mann der traktor ja war ja klar dann fährst du mal hier los durch die gegend meck ist man greifen so ich meine wer macht das nicht so voll normal ich habe mein gesinn der ist im rasenbär traurig mal mit wahl gefahren frau schmidt muss nur den namen eigentlich piepsten wozu weiß ich nicht jetzt kann man nachbarn sein frau schmidt kann jeder sein und sind lehrerin und fett und hässlich und gibt bestimmt mehr als eine ich will gar nichts piepsten außer siehler stimme wenn er redet immer so muten wie geht es dir piep jetzt ist das letzte wir können glaube ich sogar noch theoretisch gewinnen wenn wir beide erst dann zweiter werden ja das geht ja auch ja dann streng noch mal an du spaß fahren autofahren los so ein leistungs mehr als ich leistungspunkt leistungs punkt ich würde nicht jetzt ein zahlen mit dem ding wäre doch a klasse gereicht ja streng nicht an ja gib gas hier ja schupps mich danke dankeschön hier habe ich vollkommen in vorne wieder geschubst obwohl ich mich gerät habe wow ok er ist er ne wir halten fabian halten ich kann nicht mehr ich muss auf low ich will nicht halten aber das ist die strecke er komme das tier ist nicht mehr weit ja noch mal die helfe ist nicht mehr weit aber das ist eine kurze bei helft eine minute das ist eine kurze strecke das kommt auch ein sprung sie das ne ja und ein paar lange werden springen nicht ja springen nicht ich trau mich nicht ne da anhalten ich will nicht mehr oooohh 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 There's is what I need to go to ? aaaaw and beck nicht weg not ok geile you You shoes t just do all i i oh i I oh der Karte an den Ballen umlasst das ist doch ungerecht alter ich hab mich doch ungerecht behandelt ich hab mich doch ungerecht behandelt ich hab mich doch ungerecht behandelt du hast sogar am meisten Leistungsquote von allen und das letzte wow ich hab einen Punkt mehr oh shit der wird gewinnen ja genauso ein Punkt macht doch so viel aus ja 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 we haben wir die Meisterschaft verkackt alles ist deine Schuld du Learn to play ist also ltp heißt gar nicht let's play together sondern dann play to play das hätte ich jetzt habe ja nun im ende vom ltp lpt ja 200.000 gewonnen richtig geil so gut habe ich erst mal so dicke für den preis gewonnen kannst du mal sehen du willst nicht so scheiße ist wenn man mal willst machen es wahrscheinlich hast du noch jetzt bin es hat gar nichts das kann man nur die richtigen pro player und die bekommt jetzt bin es heute aggressiv und will sich wieder wer ist das noch mal ja ja ich weiß es nicht das wird machen muss immer noch ein spaß die zum nächsten mal ja